You eventually hit a cliff wall. Turn to your left and you'll see an opening in the cliff face walk. Du musst den Stein neben dem Baum finden. Okay, ihr habt jetzt alle das Bild nebenbei auf. Und wenn ihr das seht, schreit ihr, okay? Ich meine, das ist ja schön, Dominik. Aber ich müsste den Ausgangspunkt davon wissen. Mit dem Opening. Weil, also, hier sind überall Openings, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich bin jetzt noch nicht mal da, wo ich eigentlich herkam und dachte, dass ich hingehe. Na ja, wir finden es schon, ne? Ah, doch, bin ich okay. Normalerweise leuchtet Watson im Weg. Ja. Watson, der Anführer. Vielleicht der Leuchtführer. Ähm. Das klingt wie ein Klospülung. Ich drücke E. Es passiert nur nix. Ich presse E. Ach, klicken. Es pressen, okay. Entschuldigung, ich hab, ähm. Ich, ich, ich war nicht Herr meiner Sinne. Boah, wie soll? Na ja. Wie kann ich denn da nur eins hinmachen? Kann ich irgendwas mit Meat machen? Irgendwas mit Meat, Noah? Boah, Steak-Dinner. Ein Steak-Dinner. Ein Steak-Dinner. Das war die Schildkröte. Boah, es sind digitiert zu Lampson. Direkt nachdem du dein erstes Camp gebaut hast. Also, nachdem ich mein erstes Camp gebaut habe. Oder nachdem ich mein erstes Camp hätte bauen sollen. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Er mag verwirrend wirken, aber es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Da, wo du es hättest bauen sollen. Okay. Es gibt Probleme. Das Camp, das bin ich wiedergefunden. Wir finden da kein, kein, das ist easy. Kommt easy. Ich muss mir irgendwo hin. Ähm, wir müssen scheinbar irgendwo Spezielles meditieren. Weil wir haben schon meditiert und das ist ja nicht das richtige meditieren. Also, weißt du, du kannst halt nur richtig meditieren, wenn du aufs Spiel hörst. Ich hätte lieber in Mist reingucken sollen wieder, ne? Ich wurde heute an Mist erinnert. Also, Mist Survival. Weil da war nämlich irgendwie 13 Gigabyte Update. Nie hält sie sich ganz so toll. Doch, tue ich doch. Also, ich versuche es zumindest. Alter, wir haben so viel Fleisch. Ach, wir sind da nicht gestrandet, sondern sind da zur Meditation. Klar. Hä? Kennst du das nicht? Da soll es viel Neues geben, sagt der alte Mann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, bei 13,6 Gigabyte oder so, gehe ich davon aus, dass es viel Neues gibt. Weil, ganz ehrlich, ähm, wann haben wir es letztes Mal reingucken? Letztes Jahr? Äh. Locker, da warst du schon da, richtig? Oder? Oh, das ist sogar schon anderthalb Jahre her. Locker, warst du da schon da, als wir Mist gespielt haben? Mist LP von Erik geht weiter. Nee, ich hab gesagt, ich will spielen. Hä? Also, maximal zwei Wochen. Nee, drei Monate inzwischen. Weil, also, wenn Lurker sagt, er war da, als wir Mist gespielt haben. Nope, hab ich hier nicht gesehen. Dann ist es zwei Jahre her. War das nicht letzten Herbst? Herbst? War das echt schon vorletzten Herbst? Herbst. 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 War das echt schon so lange her? Kochen ist übrigens sehr unbefriedigend hier. Vor allem, wenn man die Prozentzahlen so gut sieht. Oh, das war noch nicht fertig. Es ist immer noch raw, okay? Das ist jetzt ernsthaft wieder weg. Das ist der Baileys. Alles gut, Kleppi. Ich weiß, beim Mist musst du immer an Gronkh. Das war ein Scherz, Entschuldigung. Excuse me. Apropos Mist, habt ihr mitbekommen, was Jen heute gekocht hat? Hab nur Mist gehört, deswegen sag ich ja. Ähm. Boah, also. Kalter Hund. Das ist das. Das ist einfach nur Keks mit Schoko. Das ist okay. Aber. Aber. Aussi-Jägerschnitzel oder so, ne? Boah. Ist ja also. Also ich hab's ja nicht zu Ende gesehen, weil da hab ich schon gestreamt, ne? Aber. Boah. Boah. Also es gibt Dinge, die machen glücklich und Dinge, die... Die Tube ausgedrückt hat. Denk doch mal an die Tube. Oh Gott. Nee. Nee. Was ist... Ist das... Ist das... Ist das... Äh... Fleischwurst? Oder ist das Jagdwurst? Ist das Mortadella? Also... Es ist auf jeden Fall... Also... Nee. So was macht man nicht. Nee. So was macht man nicht. Jagdwurst ist das. Panierte Jagdwurst. Ja, mit Tomatensauce. In Tomatensauce. Weißt du, die Jagdwurst panieren ist schon... Ih. Aber dann auch noch in Tomatensauce ertränken. Nee. Ja, ich find ja, ich weiß auch nicht. Wirklich. Nee. Also, nee. Hier willst du ich liebe essen. Aber irgendwo hört's auf. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich Essen liebe. Wir hatten im Osten halt nichts Besseres. Ist es das? Nee, oder? Wenn ja, ist die Problematik. Ich hab da schon meditiert. Und was erzählt ihr da? Ossi-Jäger-Schnitzel. Das war doch der offizielle Begriff richtig, den sie verwendet hat. Dem Hasen tue ich nix. Two Martin, das ist nur one Martin. Och Gott, Dominik, was ist mit dir? Hör auf, Drogen zu nehmen. Tomatensauce, Ketchup mit Tomaten, Mark. Hä, was ist mein Problem? Was hab ich? Ich hab Pathogen. Ich kenn nur Pathologen. Beides ist nicht so gut. Das ist auch nicht der Richtige, ne? Ich meditiere mal kurz. Weil mir geht's nicht so gut vom Medition... Meditation... Meditationstechnisch geht's mir nicht so gut. Wer das vorher noch nie gehört hat? Nee, sieh so. Ich hatte... Ich hatte es davor auch nie gehört. Weiswurst ist jetzt auch nicht das wahre... Weiswurst ist geil! Ja, Lorca? Erzähl dich uns. Was... Was... Was liegt dir auf dem Herzen? Weiswurst paniert. Wobei... Weiß ich nicht. Die Beschreibung, das war doch vom Anfang aus gesehen. Ich weiß nicht, wo der Anfang war. Ist das... Ist das Haus-Symbol? So. Aber ich hab... Ich hab auf jeden Fall jetzt mein Spirit wieder voll. Hallo, ich will gehen! Ich kann nicht lieben. Ich kann nicht lieben. Hinter mir müsste eh... To leave. Ich kann... Sonst stand da immer eh to leave, oh falsch. Hier. Ähm... Herr, Frau, Entwickler... Ihr Spiel ist buggy! Tun Sie was, bitte! Mit der Milchstation gefangen, nennt man eingeschlafen. Wir sind schneller wieder am Anfang als gedacht. Ja! Ich würde sagen, wir gehen ins Main Menu. Ich kann nicht lieben, verstanden. Das ist doch auch nur gejagte Weiswurst. I don't know. Einfach nochmal von vorne anfangen. Bin ich bescheuert? Nee, wir suchen das jetzt. So. Find women. Klar. Alles, was du willst, Geliebteste. Ist das das? Nee, ne? Ist das... Nee. Nee, oder? Nee. Wo ist das Haus-Symbol? Lurker, welches Haus-Symbol? Schlaf gut, Clermi. Träume, was schön ist. Ich trinke jetzt erstmal nichts mehr. Was haben wir denn dabei? Ich hab... Oh, Mieter bei. Ist es das? Nee, ne? Wollen wir einfach überall mit... Das ist es nicht, ne? Ich meditiere nicht mehr. Ich hab jetzt Angst vor meditieren. Meditieren. Ach, da ist jetzt... Nee, das Haus ist einfach nur unsere Behausung, richtig? Hallo? Hallo? Nee, war da nicht unser... Ja, scheinbar. Scheinbar. Okay, wir schaffen das aber trotzdem. Keine Sorge. Ein Kohlbeer, Kohlbeer. Kohlbeer, Kohlbeer. Oh. Hä? Hä, der ist voll nachträglich. Hä? Ich kann zaubern. Okay. Und ist dein Shelter wieder. Yeah. Ähm. Den Kyla hatten wir vorhin auch. Den will ich haben. Herr, Frau Kyla. Herr, Frau. Herr, Frau. Hä? Hä? Quantum Control engaged. Hä? Äh, natürlich treffe ich die. Die sind doch tot. Also. Please believe in me. Kyla Jen. Oh Gott. Ich gehe nicht ins Wasser. Höp, dass er von sich gab. Natur ist grausam. Ich kann da nichts dafür. Ich kann da nichts dafür. Ich bin Teil der Natur und ich versuche einfach nur, mich hier anzupassen. Und die Natur möchte von mir, dass ich mich ernähre. Und die Natur möchte dadurch, dass ich andere Leute töte, weil es einfach nicht genug Kartoffeln oder Pilze gibt, dass ich mich von Nicht-Tieren ernähren könnte. Und auch Obst. Ja, also. Deswegen, das Spiel will von mir, dass ich, ähm, böse bin. Wenn ich es nicht wollen würde, dass ich Tiere töte, dann hätte es die Tiere nicht nahrhaft gemacht. Ist es das? Ist es das? Nee, ne? Nee, da fehlt Hütte. Welche Hütte? Da ist keine Hütte, Dominik. Baumstein könnte es sein. Da ist. Von der anderen Seite vielleicht gucken. Weiß ich nicht. Warte mal, lass mal. Schildi durfte leben und der Arme gobbelt nicht. Ja, weil Schildi nur Smallmeat gibt. Nee, das ist nicht. Nein, weil das ist am Abhang. Was ist das? Äh. Okay. Wartet. Wie töte ich sie denn? Also, wenn ich es weitermache, tötet sie mich, statt ich sie? Was war das? Was sind mir jetzt hinterher gerannt? Ich bin schon wieder da, wo ich angefangen habe. Oh, nee. Schlange! Die tut doch nichts. Die hat Drohgebärden gemacht. Ich bin im Kreis gerannt. Oh, Mann. Was für Kreis? Hier ist kein Kreis. Ich bin ein Ei gelaufen. Kein Kreis. Ich schwirr mal einfach zu einer anderen Insel. Ich habe keinen Dosenöffner, deswegen darf Schildi leben. Richtig. Schildi war schlauer in der Evolution. Also, ich würde jetzt sagen, ich meditiere hier mal kurz, aber... Mal testen wir mal. Ich meine, wenigstens haben wir eine schöne Aussicht beim Meditieren, ne? Begin Meditation. Oh, ich habe gerade nur getestet, weil es nicht angezeigt wurde. Oh, nein. Na ja, gut. Wir sind ja fast fertig. Also, ich habe es nur versuchen wollen, weil ich jetzt gerade schon wieder Angst hatte. Ähm, aber... Egal. Na ja. Ist dann halt so, ne? As you move forward, you notice a faint golden glow on the trees. Essen! Ich habe nach oben geguckt, da hing Essen. Golden glow on the trees. Also, falls ihr was goldenes leuchten seht, ne? Sagt mal Bescheid. Warte, darf ich auch essen? Ich trinke mal kurz. Ich hoffe, ich kriege nicht schon wieder Pathologen in meinen Magen. Ich kann so können, wenn ich einfach am Strand ist. Das muss ich wirklich machen. Weiß ich nicht. Hier klingelt es schon wieder. Mach mal jemand das Handy aus. Unhöflich. Ich streame hier gerade, ne? Was bist du denn? Essen! Essen! Boah, wer macht hier dieses Klingelgeräusch? Der geht mir ja so auf den Piss. Oh, das hat mir wie getan. Nein! Das war süß! Mord und Totschlag ist süß. Da ist ein Wildschwein. Die Wildschweine waren eigentlich immer bei den... Oh! Golden glow. Ich kann nur den Golden Globe. Ha, ha, ha. Also, 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 ihr habt nicht dran geglaubt, dass ich das alte Ding finde. Ich hab's gefunden. Ich mach mal kurz einen Pott drüber, ne? Das war nicht schnell genug. Das stimmt. Sorry. Warum mach ich eigentlich einen Pott drüber? Ich brauch den nicht mal. Also, ich möchte aber mal sagen, dass es absoluter Bullshit ist, dass ich genau bei dem Richtigen meditieren muss. Schlaf gut, Kepi. Träume was Schönes. Schön, dass du da warst. Lass dich nicht ärgern und gut Baileys Shopping morgen, ne? Ob wir die Ruine finden? Also, ich find halt... Das sollte doch auch ausreichend sein, wenn ich woanders, oder? Golden Glow. Sie hat kein... Ist das Golden Glow? Archäologe? Raauf immer, wenn wir Ruine so... Weiß ich nicht. Ich glaub, so weit sind wir noch nicht gekommen. Ich glaub, wir wissen noch nicht, wer wir sind. Zeit Glow. No Glow. Was hat denn die Sonne? Ja, das könnte... Vielleicht meinen sie die Sonne damit. Das könnte vielleicht sein. Wär blöd, weil dann hätten sie nicht berücksichtigt, dass die Sonne ja wandert. Aber hey. Wir wissen nicht, wer wir sind, aber es ist ein toller Urlaub. Mit viel Fleisch. Ich weiß nicht, wie gut das unserer Ernährung tut. Aber hey. Warte, wir können mal was gegen Malnutrischen machen. Cure Pathogen. Das machen wir jetzt mal. Was klopft denn hier? Herein. Unhöflich. Hangover. Endend. Also, es kam ja auch erst raus, ne? Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Ist das... Ist das Early Access? Ist das Early Access? Ich hoffe. Es ist nicht mal Early Access. Ja, gut. Aber habt ihr eine Roadmap? Okay. Oh, nee. Nicht Konsum. Oh, nee. Ist mein Essen jetzt weg? Ist mein Essen verbrannt? Rotmap wäre praktisch, dass ich dann hier... Wow. Also, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde. Wenn noch was dran gemacht werden würde, ja. Aber momentan... Kam er von da oder von da? Ich sag da. Ich sag hier. Da ist auch so ein hängender Baum, oder? Nee, das sind Büsche. Glow. Golden Glow. Ich seh keinen Golden Glow. Oh. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich seh da keinen Golden Glow. Ähm, sind die... Warte mal. Sind die Dinger? Sind das meine anderen Shelter? Das wäre sehr irreführend. Ja. Nee. Jetzt hatte ich auch zwei und ich hatte keine zwei. Aber wusstet ihr? Sisu hatte recht. Mit dem Digimon-Display, ne? Es gab nur noch einen. Sisu hatte recht mit seinem Countdown. Ich glaube, Sisu hat die wirklich gekauft. Also, just saying, ne? Also. Müsst du eins abhaben. Schon okay. Einfach weggekauft. Nee, ich hab's Letzte. Ich hab's Letzte. Nee, ne? Ich meditiere trotzdem, weil mir geht's nicht gut, meditationstechnisch. Weil ich wollte ja eigentlich zwei haben. Es gab nur eins. Echt alle? Mit der Seite zumindest? Ja. Also, ich weiß nicht, wie es mit anderen Seiten ist, aber bei der Seite ja. Welches Video? Welches Video? Welches? Kein helles. Das hast du wirklich ein bisschen gemacht. Hallo, ich will hier raus. Danke. Es ist clunky. Es ist, ähm, es ist sehr buggy. Noch. Du bleibst öfter mal stecken. Ähm, du. Es ist ein bisschen... Ach, es ist noch nicht so weit. Es fühlt sich noch nicht fertig an. Wo ist denn jetzt dieser Golden Glow? Das sind Wolken. Das ist kein Golden Glow. Äh, Hilfe. Also, wie das Digimon-Spiel, nur ohne reden. Nee, bei Digimon kann ich wenigstens kämpfen und Digimon fangen. Äh, fangen. Fangen. Also, laut, laut meinem Nachgucken steht da nix mit Early Access. Also, ich bin auf der Seite und da steht nix mit Early Access. Auf Steam steht da nix mit Early Access und es steht auch nix mit Roadmap da. Das ist der Golden Glow im Moment. Ach so, an dem Ding! Äh... Ah, das sind wirklich Ruinen? Okay. Das kann man ja eigentlich gar nicht übersehen. Hat jemand eine Karte für mich? Hilfe. Okay. Chat, seht ihr Ruinen? Es sind Säulen. Muss ich doch schwimmen gehen. Warte, der Stein ist höher. Wir gehen auf den anderen Stein. Obwohl, da komme ich nicht hoch, ne? Vielleicht sind wir doch aus der Richtung gekommen. Ne Banane! Ne Banane! Ne echte Banane! Ich wollte die ganze Zeit die Banane haben. Weiß ich nicht, Triple. Also, es steht nicht da. Also, deswegen kann ich nicht davon ausgehen. Deswegen, wie gesagt, also, ich würde es dann empfehlen, wenn noch was dran gemacht wird. Wenn es wirklich fertig ist, muss man sich's überlegen. Aber, also, da gibt's für mich bessere. Da hinten! Mein Gott! Wir waren so nah und doch so fern! Ich habe den goldenen Glob gefunden. Ich habe den goldenen Glob gefunden. Gold meditation points become available every morning and are only founded ruins. So, these guys meditations follow the simple instructions. Ja, die einfachen! There is no right or wrong way to participate. Close your eyes and leave them open and enjoy the nature around you. Gently close your eyes and take in a big, deep breath. Feel the air. Fill your body. Was? Fill your body? Okay. 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 You listen, and you hear the stillness of nature. Slowly, begin to notice how this place is making you feel. Are you calm? Excited? Content? Whatever the feeling you may have, just let it flow through you. Now, with your mind clear and calm, tell yourself this affirmation. I am peaceful. I am peaceful. I am peaceful. Just be in this moment. Take a deep breath through your nose. And slowly let it out through your mouth. Sind wir bald da? Hat sich schon gedoppelt? Now, open your eyes and be grateful for the calm that surrounds you. Sei dankbar! This concludes this meditation. Oh Gott, ich danke. Go and take this piece with you. Also, ich bin ganz ehrlich. Also, ich fand Leichen aufschneiden ein bisschen lustiger. Die Bailey ist mir das zu... Zurweifeln wirkt eigentlich gerade. Weiß ich nicht. Welcome to Ennan. Oh, wir werden jetzt begrüßt nach zwei Stunden. Oh Gott. Ach, mein Lobbots, Alter. Gut. Welcome to Ennan. In order to return home, you must meditate at all three active rooms in all three biomes. You can track your progress on your watch. Good luck on your adventure. Ernsthaft? Das ist jetzt meine Aufgabe? Meditieren ist meine Aufgabe? Ich verstehe langsam doch, was die Leute mit den... Also, in den Kommentaren meinten mit... Das Meditieren geht ein bisschen auf die Nüsse. Seven days to meditate, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde ja... Also, ich habe mich ja eigentlich drauf gefreut, so ein bisschen entspannteres survivalen, okay? Also, so Forest-mäßig. Forest ist ja auch super einfach, ne? So klar, also... Sagen wir mal so... Forest in der ersten Hälfte der Entwicklung. Danach hat es ja ein bisschen angezogen, ne? Aber das mit der Meditation ist dann doch ein bisschen viel. Humid, wow. Und also, dass jetzt auch noch meine Aufgabe ist, einfach nur zu meditieren, weiß ich nicht. Der Hauptbestandteil, wenn ich die Beschreibung spielst, richtig verstanden habe. Aber es ist ein Survival-Game. Und, also, ich habe jetzt nicht die Beschreibung gelesen, aber die Trailer geguckt, da kam es mir jetzt nicht so vor, dass das Hauptding meditieren ist. Ich dachte, es geht darum, dass wir lernen sollen, wie scheiße wir zur Natur sind und... Dass wir dann da überleben müssen, was wir für Kacke gemacht haben. Deutsch gut. Habe immer einen Sinn in Deutsch. Oh, ein durch. Meditiert, ja. Ich finde auch, also Tiere töten sehr meditierend. Also, da, wirklich, da Füße hochlegen, da brauche ich keinen Urlaub mehr. So drei Tiere am Tag töten und mir geht's gut. Ja. Habt ihr die Entspannung gefühlt? Quantum Control engaged. Und? War entspannt, oder? Was können wir denn craften? Eine Flagge. Planter Tonic Bottle. Ein Hammock. Ein Smoker. Ein Furn. Oh, wir gucken Grill machen. Der steht schief. Und die Kunst der Meditation meistert. Ja, das ist ja okay. Aber, also, weißt du, es kommt ganz am Ende. In der Beschreibung. Es kommt ganz am Ende. Naja. Da meditieren und Fleisch. Das ist gut. Uff. Wie spät ist es denn? Wir können gleich schlafen. Äh, das. Hä? Das dauert ja ewig. Kann ich den da hängen lassen? Da steht nicht, meditiere dir einen Ast ab und so. War wir ein bisschen nebenbei. Ja, wenn es wenigstens 50. 50, 50, wer weiße. Also, meditieren ist ja schön und gut. Aber wenn du halt die ganze Zeit gefühlt nur meditierst beim Rumlaufen, dann brauchst du das Meditieren nicht auch noch. Weil, also, nicht mal Wildschweine greifen mich an. Nicht mal Wildschweine. Und Wildschweine sind schon ein bisschen. Ne? Die können ein bisschen was. Dann gucken wir halt mal. Also, Crafting, Hunting. Oh, wir haben Bow. Hä? Was hat denn das mit Hunting zu tun? Ein Pelz. Aber ich hab ja gar keinen Pelz. Oh, doch. Ich hab Pelz. Luxury kann ich immer noch nicht. Da sagen wir alle mit Luxusurlaub und so. Wie du in friedlicher Harmonie mit der Natur leben kannst, indem du auf dich allein gestellt überlebst. Und nebenbei. Also, und zu 80% noch meditieren, bitte. Wenn ich da ein Feuer drunter stelle, geht das dann schneller? Eine Flagge. Wenn ich eine Flagge habe, wird mir auch nichts, oder? Eine Flagge. Wo ist denn da so die Beschreibungen? Was hilft mir eine Flagge? Wir essen alle ganz friedlich. Also, zumindest sind wir danach ganz friedlich. Weißt du, was mein Problem, glaube ich, ist? Es ist ein bisschen cozy, oder? Keine Zombies. Ich glaube, hier gibt es keine Zombies. Ich würde, ich würde so durchdrehen, ne? Meditation, wirklich. Ich schlafe noch nicht mal bei Meditation ein. Sie machen mich einfach nur aggressiv, weil es so verschwendete Zeit ist. Du bist in so einem Tropenpark. Ich glaube auch. Ich glaube, das sind auch gar keine richtigen Tiere. Ich glaube, das ist einfach, das sind Roboter-Tiere. Und wenn du die halt schlachtest, deswegen kannst du auch die Hand so drüber, dann kriegst du halt virtuelles Fleisch gut geschrieben. Was hatten wir denn noch so? Oh, glaubt ihr, dann kommt Gerald, wenn ich so ein Basket mache? Und wofür brauche ich den überhaupt? Oh, ja! Wo ist Gerald? Also, das Gute ist, für mich, es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel dann weiterspielen werde. Ich finde, nach heute haben wir genug gesehen. Oder? Chibi-Gerat. Nee, das ist ja noch besser. Da muss er sich noch... Also, weißt du? Die Insel, um erwachsen zu werden. Wir sind für mehrere Wochen allein hier, um das Ziel dann zu erreichen. Wie viele erwachsene Menschen wird es wohl noch geben? Ist es fertig? Und wie schmeckt jetzt so das? Ich wüsse halt echt gerne mal... Wie kriege ich denn... Wie kriege ich denn da irgendwelche Infos zu? Ist auch nicht besser. Icarus wollte ich mal reingucken. Habe es aber irgendwie nie gemacht. Nicht mal aus einem Grund zu... Oh, nee. Ich glaube, weil es so geruckelt hat und mein PC ja eh schon so scheiße ist. Aber ich dachte, Icarus wäre so toll gewesen. Nett anzusehen, was war es. So kannst du noch nicht richtig meditieren. Hä? Warum sind wir vergiftet? Hä? Hat mich eine Spinne... Hat mich eine Spinne gebissen? Hat mich eine Spinne gebissen? Äh... Venom... Ähm... Okay. Na dann... Ich sterbe nicht durchs Gift. Ich sterbe nicht durchs Gift. So eine blöde Spinne kann mir nix. So, aber was kann ich gegen Gift kochen? Päusen. Hier. Antivenom. Da. Also es ist nicht vorbei. Nein! Wir leben jetzt so lange, bis wir die krassesten Meditationskünstler sind, okay? Und wir müssen alle goldenen suchen, damit wir uns auch ja die Meditation anhören können. Damit wir entspannt werden. Damit es uns besser geht und der ganze Stress weg geht. Was? Doch, und jetzt? Danke. Ich gehe mal meditieren. Ich will Stress gewert. Nein! Also ja, aber dafür meditieren wir ja, dass der Stress weg geht. Begin meditation. Du bist um mich voll entspannt. Ja, bin ich auch, weil ich meditiere. Weißt du? Wieso? Ich war vorher so entspannt. Ja, wirklich. Bei mir ist es so. Nach der Leichenhalle. Ich war tiefenentspannt. Wirklich. Nach der Leichenhalle war alles schön. Auch während der Leichenhalle. Tiefenentspannt. Kaum muss ich sowas machen, werde ich aggressiv. Wie Gläser-Meditation hast du noch? Also das war der letzte Strawberry. Aber das ist okay. Ja, dann habe ich noch Schokolade. Dann habe ich noch den Manner. Dann habe ich noch das Espresso-Cream. Und dann habe ich noch die zwei Omas. Also. Ne? Bei Smoker muss ich immer an Captain Smoker denken. Das war immer so eine Hassliebe. Irgendwie fand ich ihn cool und irgendwie habe ich ihn gehasst. Der letzte Lauf. Lauf! Geh mit Gott, aber geh! Okay. Okay. Wir hätten so schön Stray spielen können. Ich finde, es fühlt sich halt auch so random an. Also. Guck mal, viel besser kann es uns nicht gehen. Es fühlt sich alles so random an. Schaffen wir jetzt alle Schweine zu essen? Ich glaube, die respawnen. Also. Wir sind. Wir haben Tag 2, okay? Wir haben Tag 2. Und ich habe null Probleme, meine Needs zu nieden. Nein. Äh. Meine Bedürfnisse zu befriedigen. Null. Ich finde, da geht was falsch. Da läuft was falsch. Da geht was falsch. Da geht was falsch. Ich habe nur Garfield gesehen. Also. Jetzt probiere ich drauf. 士? Ich bin garfield. Musik? Ich bin garfield. Ich bin garfield. Ich bin garfield. Ich bin gar Sandy. Vielen Dank.